Mein Name ist Sarah Grunewald vom Mieterbund in Darmstadt. Ich bin auf dem Mietertag in Bremen und ich möchte euch und Sie auf das Mietenstopp-Camp in Frankfurt am Main einladen. Wir treffen uns vom 21. bis 24. September am Campus der Uni Frankfurt und möchten uns vernetzen, weiterbilden und Erfahrungen austauschen. Wir freuen uns über Teilnehmer und wir freuen uns auch, wenn ihr einen eigenen Workshop mitbringt.